Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Eve Online mit mir am Mikrofon eurem Dex und in der letzten Folge haben wir den guten Dagan endlich umgebracht und wir müssen ihn jetzt abliefern. Mit uns haben wir den Julian Ertel, der uns in der letzten Folge dankenswerterweise geholfen hat die Mission zu beenden da er wesentlich besser gefittet ist mit seinem Schiff und auch bessere Skills hat und dadurch deutlich mehr Schaden macht. So jetzt nehmen wir ihn einfach mit in die nächste Mission Ich werde jetzt hier mal einfach hinwurbeln und ja mal schauen was passiert Ab geht die Post So noch 2 AU 0,5 4 Millionen 1 Million 500.000 200.000 76.000 Na komm Jetzt 512 Yes Bin da Und ich wop einfach schon mal vor. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Mission nicht so wahnsinnig denken müssen. Schauen wir mal. Das wäre ziemlich uncool Welp Hello all friends. Simply deposit Dagan in the Rev Prison Transport and your long journey will have an end. No matter what you see, I must ask you to stay calm and not and do not fire Mhm Okay Da bin ich mal gespannt Wie das hier abgeht Nur 17 Kilometer bis zum Ziel Das ist fast wie so ein Navigationssystem Noch 14 Kilometer bis zum Ziel Bitte legen Sie da gern in dem Cargo ab Vielen Dank und eine gute Reise Oder irgendwie sowas Ich kann das ja nicht, ich bin ja kein Navigationssystem Eine Dominix, ein galente Battleship Oh, 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 boah Voll getroffen So, schauen wir mal, Open Cargo Okay Hm, passiert doch nichts Einmal Dagan I told you, you had Rollstones Okay, wir sollen zurück zu dem Typen warpen Also machen wir das jetzt auch mal Äh, ja Flup Flup Jetzt bin ich mal gespannt Haben wir eigentlich schon irgendwas hier bekommen 046, nein, nicht so wirklich So, äh, Moment Confirm So, ich will nämlich nicht das Risiko eingehen, dass, äh, der ganze Spaß hier geteilt wird Äh, start conversation So, okay Complete Mission Close Äh, ja, ja Okay, das ist alles ganz toll Wir kriegen ein bisschen gratuliert und wir sind spitze und so und, ähm, schauen wir mal Wie das hier aussieht, äh, wir haben einiges dazu gekriegt von 0,46 auf 1,2 Das ist schon einiges So, das war die finale Folge, meine lieben Freunde Ich werde mich mit meinem Kollegen hier in den Mühlenjahren Hertel jetzt ein bisschen abquatschen Und in der nächsten Folge werden wir ein paar Level 2 Missionen zusammenfliegen Ich hoffe, dass bis dahin auch, ähm, der gute Marius, den ihr schon kennt Möchte auch ein bisschen mitzocken Dass der bis dahin auch hier am Start ist Äh, damit wir hier ein bisschen abgehen können Äh, zusammen abgehen können, vor allen Dingen Für die nächsten Folgen, die ich heute nicht mit aufnehmen sollte Bitte, bitte Meldet euch bei mir und, ähm Ja, dann können wir alle zusammenfliegen Wird bestimmt spaßig Haut rein und, äh, bis dahin Viel Spaß, äh, ciao, ciao Einen schönen Tag noch und, äh, goodbye Und, äh, sayonara, äh, ciao Einen schönen Tag noch und, äh, bis dahin